Jetzt werden sie leichter in den Arm schlagen. Was ist drin? Wärst du so freundlich? Können sie brauchen, weil ich nicht so viel Lärm habe. Hier, viel Spaß damit, gut gemacht. Dann weiter, ich komme schon. Okay, können wir nicht weiter hier. Warte auf dich. Ich folge dir einfach, sie wird es schon wissen. Ah, scheiße. Ja, das war ganz. Ja, gut. Am bisschen ist auf eine Tasse, auf eine Kiste, auf eine Flasche getreten. Schöner Checkpoint. Außen rum gehen war keine Option. Bald haben wir weder Brot noch da ist was. Scheiße. Schon wieder aufgeflogen. Vielleicht gehen wir mal außen lang. Ich versuche es mal. Mir nicht zu folgen. Ein Versuch ist es wert. Berlin, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Zeit. Ich bin nicht zufrieden. Alles blâche. War mache es runter. Komm schnell! Ich brauche Hilfe! Du bist verrückt. Nur ist da. Einfach..... Gironi Mau. Okay, wir sind einfach an Erschreckung verstorben, okay, ich habe es geschafft, das ist schon Leeroy Jenkins. Ja, es ist doch durch die Mitte. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Ich bin ein bisschen ärgsamer. Direkt in die Mitte. Das ist mitten durch, durch die Massen. Mein Bruder! Sieht ganz so aus! Schnell! Weit bist du weit, weit weg von hier! Amicia, wo ist sie? Ich bin Dreckskerl, ich bin Dreckskerl! Ruhige dich! Nein, nein, bitte nicht! Freue dich einfach, dass du noch lebst! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit! Die Kleine ist entkommen! Ihr Käfig steht auf Wagen! Ich hoffe, ihr müsst nicht kämpfen. Scheiße! Verzeiht euch! Achtet auf die Türen! Und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sie nicht von allein! Wohin? Da stecken sicher die Valois dahinter! Das ist unsere Chance! Ja, aber wohin? Sag Bescheid! So ist er jetzt zum Schein oder was? Die Zelte! Durch durch die Zelte! Die langt oder was? Wo langt? Ah ja! Meli, übernimmst du? Wir sind erledigt! Kannst du nicht ein Schwert nehmen? Kriege ich die verdammte Schleuder wieder? Na, dankeschön! Endlich! Jetzt, Ugo! Ich muss den Käfig herunterbekommen! So ist doch die Zelte! Das kriegen wir doch hin! Das macht zu viel Lärm! Wird zu laut! Das hier keiner mal vorbeischaut! Sie sagt, dass mich jemand holen würde! Schon gut, Ugo! Wir befreien dich! Achso, ja gut! Kann er jetzt schon nicht selbst aufmachen! Amicia! Oh! Sie sagten, sie würden mich wegbringen! Und dass ich dich nie wiedersehe! Wie du siehst, stimmt das nicht! Was ist aber jetzt los? Ich bin hier! Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich! Und Meli kommt auch mit! Sie ist hier, um uns zu helfen! Sie ist die Diebin! Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat! Nicht wahr, Meli? Ja! Ich bin ein böses Mädchen! Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Ugo! Lass uns gehen! Ja! Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang! Wohin? Nein, nicht in den Käfig! Wohin? Wie lange, oder? Da... Ich muss da selbst einen Weg finden! Ich weiß, nein! Hier ist nichts! Nein, niemals hier. Nein, je, je, ja, 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 ja. Nein, niemals hier. Müssen wir vorsichtiger sein und wird auf keinen Fall mitten durchgehen oder doch? Was ist die Idee, die ich schleichen konnte? Verdammt. Ja, das klappt ja wohl nicht. Hauptstraße entlang ist eine schlechte Idee. Ich versuche es doch durch die Seite und es hat gut geklappt. Ok, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah ja, Trank. Zum einen Schlaftrank. Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperrt. Teilt euch auf und achtet auf die Zelte. Okay, da oben ist eine Nasenwäsche. Ich kippe mich von hinten. Nichts. Nix, nix, tiss, nix, nix, nix. Ist nichts. Ist nichts. Ist nichts. Nein, nein, nein. Ist nichts. Ist nichts, hier ist nichts. Scheiße! das bringt ja auch nichts mehr das betäuben wenn er sein schwert schon gezuckt hat auf jeden fall hinten dank bis hierhin ging es gut flammt nein nein Ein Scanner. Die waren zu weit weg. Geht oder lang? Kann ich hier durch? Verdammt! Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Verdammt! Ja, das ist, wenn der das Schwert gezogen hat. Kann man ihn auch nicht mal betäuben. Holy Crap! Da mitten durch ist eine saublöde Idee. Das müssen wir hier lang machen. Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen. Das war 1x. Was ist der hoffentlich noch abgelenkt? Scheint alles in Ordnung. Was war das? Verdammt! Ist doch nicht! Ein Zelt verstecken geht nicht. Verdammt! Ja gut! Das wird nichts! Hier ist nichts! Hier ist nichts! Du hast nichts gesehen! Geht euch geschickt! Kommt doch mal her! Scheißdreck! 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 Ich kann es mal hier versuchen. Muss mal spannender zustalten. Gibt es scheinbar auch eine Fahrt. Das ist definitiv ein schwerer Weg. hier stehen zu viele Leute rum. Nein! Du siehst mich nicht! 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 – Hey da, komm her! Das ist ja eine Frau Nimo! Leeroy Jenkins Ah shit Er sagt doch, der Leeroy Jenkins Das tut's am Ende immer Ich zahle Lösegeld für die Terun-Kinder Und muss sie eigenhändig fangen Diese Plantagenets sind nutzlos Er hat meine Eltern getötet Er wird uns umbringen Manny, now! Amicia, bring sie zurück! Die Inquisition? Was zum Tollste habt ihr getan? Was sollen wir tun? Hört auf ihr Mistkerle! Mach lieber die Augen zu Oh nein! Nein! Okay, so nicht Bringen sie zurück ist gut Was ist das Lärm? Das ist noch besser Amicia, bring sie zurück! Lass weg von ihr Bruder! Was zum Tollste habt ihr getan? Nein! Wir haben nichts getan! Sie wollen wir go! Ich kann nicht ziehen! Ich bräuchte ein paar Steine Sie kommen hoch! Es läuft die Zeit davon! Hier! Schnell! Waschen lassen! Scheiße! Alles klar! Weiter! Hoch hier! Was? Was? Da sieht auszugraben! Da sieht ein paar schnell! Sehr schön! Oh nein! Nicht so schön! Fähl im Rücken kann auch mal zucken Jetzt diesen Und jetzt ihn Ja gut, das Treffen müsste man können Nix! Nix! Liegt mich! Manch! Zielen müssen wir können Zielen ist heute gar nicht Zielen ist heute Zielen ist heute Zielen ist heute Zielen ist heute echt nicht dran Ducken Jetzt ihn noch treffen Äh, ja jetzt Wie soll ich die denn alle Ja das ist gut Wenn man so zielen kann wie ich Ja herrlich Da werden jetzt Zielkünste von nöten Komm schon, komm schon Rechen die Tür auf Vorder Sie haben die Tür geöffnet Sie sind hier Ich kümmere mich um sie Zielen Zielen ist heute Was ist denn diese Was ist denn das mit den Zielen hier Ich habe doch Ich habe Ich habe die Tür geöffnet Ich habe die Tür geöffnet, denn sie sind hier Ich kümmere mich um sie Wie scheiße muss man sein Also einen schaffe ich Das sind vielleicht neun Komm schon, komm schon Rechen die Tür auf Vorder Missersteuerung Sie haben die Tür geöffnet, denn sie sind hier Ich kümmere mich um sie Muss ja jeden treffen Ich treffe nicht einen Ähm, ja danke für das Let's Play Fürs Zuschauen Ähm, das wird nichts mehr Das kriegen wir Das kriegen wir nicht hin Das ist Danke für Ihre Aufmerksamkeit Und töten Sie die anderen Zielwasser getrunken heute oder was Wie soll denn das was werden Einen kriege ich mit gutem Glück hin Aber den anderen Komm schon, komm schon Rechen die Tür auf Vorder Wie soll denn das was werden Aus der Entfernung Darf ich bitte ein Schwert haben Darf ich bitte ein Schwert haben Wir können mit dem Schwert besser kämpfen Komm schon, komm schon Rechen die Tür auf Vorder Ich kümmere mich um sie Besser Ja, das ist jetzt Sehr gut Ne, da wirst du nicht lange überleben Jetzt Geh'n Los Holy Crap Darf ich bitte ein Schwert haben Bitte Kapitel 7 Der Pfad vor uns Ich brauche jetzt immer nicht Ich brauche erstmal eine Pause Kleine Stream Pause Weißt du wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken Arthur und ich wissen wo Und Lukas Er wartet beim Chateau Alles zu seiner Zeit Wir sehen Lukas wieder Das hoffe ich Ich mag Lukas Er ist nett Spar dir deinen Atem, Hugo Das ist der Weg Wir müssen weiter Noch sind wir nicht in Sicherheit Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020